Ich schaue euch genau meine Daten. Deine Daten? Wie viel Fuel ist da noch etwa drin? Äh, gar nichts mehr jetzt. Nur noch so ein Strichchen. Wo ist jetzt der Supermarkt? Was seid denn hier? Brocker, was wollt denn hier da? Hier gibt's drei Autos bauen. Ja. Hier muss es doch einen Supermarkt geben. Seht ich das falsch? Eigentlich schon. Ist bestimmt an der Kirche hier vorne. Ach Gott. Kann man eigentlich an all diesen komischen Tanks, wo so ein Feuerzeichen drauf ist, Fuel tanken? Nein, das sind sowas wie Heizöl. Oder ja, Gas oder Heizöl. Diese alten, verrosteten Dinger kannst du meistens benutzen. Ja, diese alten, verrosteten, braunen Tanks. Diese riesigen, die stehen meistens schon. Ja, oder bei der Tankstelle halt die. Okay, ich wüsste nicht wo hier ein Supermarkt sein soll, um ehrlich zu sein. Hm. Wüsste man gern, dass hier keiner ist. Ja, in Gorka ist gar keiner, ne? Seid ihr sicher? Ja, ich hab die Karte auf. Das heißt natürlich doof. Wo sind die Autospawns? So, dann fahr ich mal weiter, ne? Ja, wenn ihr mal stehen bleiben würdet und mich kurz verspült. Ich hab hier oben an der Fabrik ist einer. Ja, ich mein auch. Ja, rückwärts laufen würdet. Naja, aber gut. Ja gut, das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Nein, das sind doch nicht viele. So, ihr seid Gorka. Ich fahr da mal hin. Mal gucken, ob mein Tank das aussieht. Du solltest vielleicht eher eine Tankstelle suchen. Ja, ich fahr schon. Hier ist ein Tank. Leute, ich brauche noch mal große Anweisungen. Und du? Wofka, wo? Da wohin? Warte, warte, warte. Kriegen bringt ja so viel. Jo. So, ich hab mir nicht... Ah! Nicht schlagen. Bin in Gwotzno. Wo ist das? Äh, Teufo? Nein, das ist vom Pan-Killer. Hier kommt man nicht rein, ne? Ja. Komm mal hier rein. Hinter dir... LOL! Der Tintler ist... Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja, verdammt. In welches Gebäude können wir zurückziehen? Was? Wo, Teufo? Hier. Lass mich raten, dann gar keinen. Rechts ist One Devil's Castle. Teufo, wo bist denn du? Wie kommst du jetzt auf einmal auf das Castle? Da hab ich zuletzt Displicated. Ey. Teufo! Ja? Scheiße. Mein Auto ist leer. Ich roll nur noch. Hier. Haben wir dann irgendwie so ein Industriegebiet? Also, da wo so Dings spawnen? So, so... Dings? Kanister? Also, ich laufe immer noch um die Fabrik rum. Wo seid ihr? Wir auch. Ja, wir laufe... Wahrscheinlich ist er immer genau auf der anderen Seite. Ich laufe euch mal ein Ding. Hoffentlich. Ja. Ich seh euch. Aber wie viele... Wie viele Zombies die sind? Ja. Wo wollen wir hin überhaupt? Weg. Einfach weg. Weg. Einfach weg. Oh Gott. Ich suche erstmal ein Gebäude, wo eine Tür ist, die wir aufmachen können, wo wir rein können. Ähm, Mike, wo bist du nochmal? Dubrovka jetzt, äh, ich glaube östlich gelaufen. Es ist aber besser, wenn du nach Süden. Loin! Nach Süden komme ich nach Merazino. Nein. Wenn ich jetzt runterlaufe, dann laufe ich nach Süden. Ja, du musst, du musst so ein bisschen, äh, südwestlich laufen. Alter. Alter, war überhaupt so komisch. Das ist so schön, wenn man nur eine Uhr hat. Wer blutet denn da? Scheiße, ich blute! Lois, wann blute ich denn? Von hinten. Geht mal weg von der Wand. Ich kann nicht, ich bandle, schieh mich gerade. Mark, eine Sekunde musst du mich kurz beschützen, ja? Warte mal, vielleicht laufe ich auch gar nicht. Oh Mann. Okay. Ich glaube, es ist einfach in den nächsten legenden Orten. Äh, ich hab das Gefühl, dass sie mich gerade gar nicht mehr wollen, sondern dass sie in der Tür stehen bleiben. Wollen wir weg? Warte mal, ich guck mal wieder auf dem Map los. Äh, kann mir jemand mal, ich weiß nicht, warte mal, ich hab mal ganz kurz Debug an. Äh, ach, Gwotzno bist du. Das ist nicht so weit, nach Gorka. Ne, der ist doch ein Gewachter, oder? Wo bist du? Alter! Ne, Alex ist oben in Gorka nur. Und Dings ist ein Dubrovka, ne? Ja, und wir gehen jetzt eh gleich nach rechts, weil da die Tankstelle ist. Wie bist du nach Dubrovka gebracht? Und dann siehst du, äh... Ne, du siehst doch das, also Dubrovka nach Süden, kommt man noch voll gut nach Gorka rein. Nach rechts ist doch Gorka. Ja, du musst nach unten laufen. Nach unten und dann, äh, die Straße rechts. Was ist für euch unten und was ist für Sie? Äh, von wo bist du gekommen? Von welcher Stadt aus? Also, sagen wir es so, nicht, äh... Aus Berazino. Du bist aus der Berazino-Grade über die Straße, ne? Sagen wir so, du weißt doch, wo du aus Berazino herkommst, äh, um nach Dubrovka herzulaufen. Die Richtung kennst du nur, ja? Und dann einer 90 Gradwinkel nach links und weiter. Ja. Äh, du bist... Keine Ahnung. Warte, 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 warte. Ehnen wir besser Warte, 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 warte. Na, caregiversendrunde B магазine Du bist nicht, du bist in Luca und die Straße, komm also mit. Na, Parenzino ist, janhj Pedrager zu der Tag, ne? Walde. Bach, ja, Ba, ich sag dir jetzt mal, ob du's hörst, wants die Wartier jetzt, these. Wenn du willst, dass er dann gar nicht ankommt, so! Wir gehen doch zu ihm, wem einfach dableiben. Ja, wir können auch gehen, da werden wir auch nicht von ins Zombies genervt Ne, weil die auch gar nicht da die ganze Zeit reinkriechen wollen Nö, irgendwie ja nicht Irgendwie ja nicht? Okay Da hast du ein bisschen mit Map-Gucken hier Zeit verbracht Ja, hab ich ja auch Ja, sonst hättest du gemerkt, dass die reinlaufen Und die sammeln sich halt dann davor, sonst kommst du irgendwann gar nicht mehr raus Doch, einmal reinschießen, dann sind alle weg Ja klar, einmal reinschießen, sind alle weg Ja, einmal reinschießen Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo diese Wetterkugel ist, aber da haut ich mich jetzt hin So, wartet mal, bleibt mal hier kurz stehen Dahinter, die sollen sich ja alle schöner sammeln Dann laufen sie schön langsam durch Und dann gehen wir weiter Also wir laufen jetzt zu Alex, ja? Oder zu Mike Ja, ich hab ja das Auto, aber ich hab halt kein Benzin Also wir wohnen schon längst wieder gesehen, ne? Ja, weil ihr rennt und nicht euch geduckt lauft Ich bin aber nicht ganz jetzt trotzdem, ne? Ja, wenn man hier uns rennt und ducken genau gleich Nein, ich würde mir so eingefallen Bei mir einen Strich, aber das macht keinen Unterschied, die sehen uns trotzdem Die zwei müssen eh grad wieder so verpackt Also da vorne ist auf jeden Fall die Tankstelle Warte mal Ähm, ist das Tankstelle an der Kreuzung? Ja Ja, so, du hast, äh, du bist aus Berlin Alles krass an der Kreuzung Die Tankstelle ist an der Kreuzung und dahinter ist ein Wald Duu, du duu, duu Ja, Llacw wanted man so bezeichnet Da geht´ so viel runter Duu, du, duu Duu, duu, duu Duu sozusagen Duu Also, ja, ja Ja, ja grand Baby Ja, jaja Wie, find's, sowieso der Fakenn? Oder dir? unsere gefunden scheinbar aber schon wirst die sichtkontakt oder was glaube ich nicht nein ich hab noch keinen sicher aber ich weiß wo ihr seid denn ich bin jetzt wirklich komischen Wetterteil und da muss ich nur gerade auslaufen du musst einfach wenn du auslösen äh wer fließt sich um und tötet die drei Zombies ich treffe nicht mit der Wasser seid ihr gerade wir müssen das nämlich machen bevor wir dort sind bevor wir dort sind weil dort an der Tankstelle warten bestimmt auch wieder neue Prozent Prozent es sei hätte ich nicht mehr du brauchst rechtzeitig sondern auch weiter in den Wald laufen sollen er hätte weiter er hatte in Duprofka direkt links sein müssen dann werden vor Ort von Prozent der Gorka gekommen und dann aus Duprofka raus und dann geht einfach einmal links nach Berezin und einmal rechts in den Wald hoch da kommen wir sind jetzt an der Tankstelle und wir kommen gleich zu dir nach Duprofka bleib da ich sehe jetzt schon den Wald vor der Tankstelle also ich habe gerade festgestellt dass hier kein Auto steht lol von wo kommen die Blätter hauptsache hier fallen Blätter vom Himmel normalerweise steht hier ein Auto einspawnt direkt neben dem direkt neben dem Tankding hier äh Alex bist du nur da? ja ich warte im Auto ja ja was bringt uns das? nichts war mein Tankdelle er wartet darauf dass er sich vielleicht wieder füllt ja mach doch was einfach das zu sagen ja ich muss selber ziehen ich kann mit der Waffe nicht treffen doch einmal habe ich getroffen dann solltest du vielleicht eine andere Waffe nehmen ja was du ja woher ziehst du denn ja ich ziehe auf die ich tritt aber nicht mit der Scheißwaffe ich lass die liegen lassen die M4 SD Power nee ich hab nicht die M4 SD ich hab M1 äh jetzt sterbt auch man hauptsache das steht nochmal auf äh M4A1 oh ja das ist natürlich ein riesiger Elementarer Unterschied ja klar die trifft anscheinend nicht ah ja klar es gibt keine andere als die M4A1 außer die M4A3 aber die gibt's nicht als Schalter-M4-Variante ja und M16 ja was ja keine M4 ja aber also hier ist kein Auto also hier ist kein Auto passt auf zu euch kommt einer Null töteln wir mal sonst locken wir nur noch mehr an ich würde jetzt gerne mal schießen auf mich hört einfach mal ich treffe mit der Waffe nicht ich zitter gar zu sehr ja dann dann holt ihr doch Paincaller da lagen doch überall vorhin Paincaller ich hab nicht Paincaller sondern wegen Erschöpfung wegen Erschöpfung wegen Erschöpfung wegen Erschöpfung da ist ne Scheine oh Gott da kann ich was finden hoffen wir mal das ist jetzt die richtige Tanke die wir hier beide meinen jaja kann man den Tank eigentlich hochjagen? was? bitte probiere es nicht aus ja natürlich ja ich seh euch seh euch endlich komm aus dem Wald ach ich seh dich du hast aber auch ordentlich Begleitung dabei echt? oh ein Stück ich hab mich irgendwann aufgesammelt ja dann komm wir hier durch zu uns zu der Hütte toll komm wir hier durch so Zombies hütten? wir sind jetzt von euch hinterher kommen wo gehen die lang? äh auch da Zombies? alles gut der andere will nicht auch gut ok was hast du jetzt für Waffen? M16 und brauchst du ne Bluttransfusion? nö noch nicht ok M16 und M9SD das ist natürlich nicht schlecht wie viel Magazin hast du für die M16? gar keine dann dürfte doch vielleicht ich habe auch keinen Holzeiger was hast du? wo ist denn dieses David's Castle überhaupt? nein sind wir noch ja nein ich meine links von Grasknofter wie viele? links von Grasknofter Grasknofter 1 2 3 4 5 da ist dieser Black Mountain wie viele Magazine hast du? das ist auch Graskno da suche ich gerade Jericam äh ich habe 1 2 hat er wieder jetzt erst Loot Swans ich habe immer noch 9 dann kannst du ihm vielleicht mal ein paar Magazine für die M16 geben ich habe mir gerade 2 rausgenommen bitte was? er hat keine Magazine für seine Waffe jetzt hat er welche ähm und jetzt wollten wir nach Graskno aber Graskno das bringt uns nicht solange wir keine keine Jericams haben dann hocken wir da auch nur rum hm wo können jetzt Industrie Loot spawnen? beziehungsweise geht es als Industrie Loot? ich weiß es nicht in der Industrie vielleicht? ja he 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 Mark und wo ist die? dafür gibt es eine Map ja aber die habe ich nicht weil ich gerade aufnehme so dann bleib aber jetzt auch mal stehen hier ja dann laufen sie wieder weg was reparierst du oder baust du? ja lol hauptsache das hast du bei das habe ich gerade da eben aus dem Tanke geholt ach das ist ach das ist wie ist hier denn verfickte Industrie? kommt ihr mal rein ins Gebäude Das kann die Industrie sein. Da ist sogar ein Auto-Sporn. Geht's nicht? Pump mal rein. Da! Da ist Fieldtank auf jeden Fall. Eine Waterpumpen... LOL! 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 Alter Verdammt! Was? Was? Da sind zwei Zombies direkt neben uns in unsere Gebäude gespawnt. Ja. Ja, ist doch geil. Wir verschwinden jeden Tag in DayZ, das ist... Wir verschwinden aber immer sofort, ja. Wir spawnen nie direkt neben einem. Immer drauf. Oh, 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 ja. Industriehalle, komm, 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 komm. Hier lass uns halt die... Hier lass uns halt die Zombies, glaube ich, in roten, wenn wir hier drüben sind. Die Tür auf. Gwotsno, ja Gwotsno ist aber so, so ein Scheißort. Was soll immer da? Ja, ich hab was markiert, da könnt ihr ihn ausspauen und da könnte auch Industrie sein. Bitte, 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 bitte. 700 Meter. Es ist südlich, es ist, achso, 700, ne? In Gorka. Hätte ich nämlich noch, könnte ich ihm helfen. Mark? Ja? Du weißt, dass wir gerade in Gorka waren. Ja. An diesem Industrie-Ding und die ganze Zeit drum rumgelaufen sind und die ganze Zeit drum rumgelaufen sind. Nichts da war. Da ist aber auch ein Fuel-Tank und da waren wir noch nicht. Oder? Ach doch. Aber wir haben ihn an der anderen Seite noch nicht. Das sieht auch eine Industrie aus. Das sind zwei so lange Hallen. Also was ich... Ja, können wir meinenwegen gleich nochmal gucken. Was ich an sich vorschlagen würde, ist... LOL. Wer läuft denn da? Das ist ein Zombie. Wer läuft? Der hat uns nicht gesehen, oder? Anscheinend schon. Ja, töte es. Töte es. Aber wie ich mit dem Ding nicht treffe. Hauptsache, so zehn Schuss. Ja, ich treffe mit dem Ding einfach nicht. Ja, ich treffe mit dem Ding einfach nicht. Siehst du auch manchmal rein, oder? Siehst du ihm aus der Hüfte? Ich ziele rein, immer. Dann kann ich mich aber kaum bewegen und aus dem hatte ich gerade... So habe ich einen Grafikbagger im Visier. Wieso kannst du dich dann? Wieso kannst du dich dann kaum bewegen? Weil du ist hier so... Willst du die Waffen tauschen? Nein. Ja.